Wir wollen uns aber dem heutigen Welttag der Pressefreiheit widmen. Und wie jedes Jahr wird an diesem Tag auch ein Spiegel veröffentlicht, wie es denn mit der Pressefreiheit auf der Welt und natürlich auch in Österreich aussieht. Die Zahlen, gerade was Österreich anbelangt im Vergleich zum Vorjahr, sind alles andere als erbaulich. So ist Österreich vom Platz 11, wo wir uns 2018 noch befunden haben auf der Welt, mittlerweile auf Platz 31 von insgesamt 180 Ländern abgerutscht. Da finden wir uns in Gesellschaften von Ländern wie Argentinien oder eben auch anderen Entwicklungsländern, wo man jetzt zwangsläufig meinen sollte, dass Österreich als aufgeklärte Demokratie hier einen anderen Stellenwert hat und warum es dazu gekommen ist, was die Gründe dafür sind und was wir auch daraus lernen müssen. Darüber freue ich mich jetzt sehr, mich unterhalten zu dürfen mit Fritz Hausjell. Er ist Präsident von Reporter ohne Grenzen Österreich und Medienhistoriker. Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Schönen guten Abend und ein herzliches Hallo nach Vorarlberg. Ja, die Medienberichterstattung aus den Medien über die Pressefreiheit heute in Österreich sind alles andere als erbaulich. Von einem katastrophalen Absturz wird da gesprochen, von dramatischer Entwicklung wird da gesprochen. Fangen wir vielleicht am Anfang mal kurz an für unsere Zuseher zum Erklären, wie wird denn dieser Index jedes Jahr erfasst? Was haben da auch die Reporter ohne Grenzen damit zu tun und wie valide sind diese Daten? Also was ist die Basis dafür? Die Basis dafür für diesen Index, den es heuer das 20. Mal gibt und der heuer ein Stück in einer renovierten Fassung gemacht worden ist, sind Erhebungsbögen, sehr umfangreiche Erhebungsbögen, die Fachleute ausfüllen aus dem Bereich Journalismus, aus dem Bereich Wissenschaft, NGOs, also die diese Länder kennen, entweder dort leben oder dort arbeiten oder gearbeitet haben und das für insgesamt 180 Länder. Und dann wird, das sind, also der Erhebungsbögen hat in der letzten Fassung jetzt 123 konkrete Fragen. Ich habe den auch schon mal ausgefüllt und da sitzt man mehrere Stunden sogar dahinter, um das entsprechend sorgfältig einzuschätzen. Und Paris, die Zentrale von Reporter ohne Grenzen, rechnet dann diesen Index aus, wobei wir heuer das erste Mal sozusagen den sehr differenziert für insgesamt fünf wesentliche Säulen, die wichtig sind für die Entwicklung von Presseunfreiheit und Pressefreiheit. Vielen Dank.